Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Video-Publisher. Wir haben ja mittlerweile den neuesten an der Schule, 2016er. Wenn man den startet, ist der Dialog eigentlich so wie beim 10er. Man hat hier ein DIN A4 Hoch-Quierformat. Man kann hier eigene Formate definieren oder man nimmt eine Vorlage her, wo schon viel Gestaltungsarbeit passiert ist, wie zum Beispiel die Visitenkarte, wo man da praktisch nur noch die Informationen ausfüllen muss. Wir starten einfach mal A4 Hoch-Quierformat. So, das Ganze ist eigentlich wie im Word aufgemacht. Hier hat man noch den Zoom-Regelschieber. Man hat hier eine Bildlaufleiste. Auf der linken Seite, das ist publisher-spezifisch, hier sind die Seiten dargestellt. Wenn man eine neue Seite haben möchte, kann man hier sagen, einfügen Seite, leere Seite. Dann haben wir hier zwei Seiten. Da muss man schauen, auf welcher Seite man gerade ist, welche aktiv ist. Und hier sind entsprechend die Registerkarten. Ein bisschen reduzierter wie ein Word. Aber man kommt hier eigentlich so gut zurecht. Gerade bei Start entspricht es eigentlich dem Word-Bildschirm. Wenn man auf Datei klickt, dann ist man im Hintergrundbereich. Dann kann man die Dinge mit der Datei machen, die man eben machen muss. Speichern, drucken oder exportieren, wie zum Beispiel für eine Druckerei. Bevor man zum Arbeiten anfängt, kann man hier auf Seitendwurf gehen. Hier kann man auch mal überlegen, was brauche ich denn wirklich für Format DIN A5 oder DIN A4. Hier aufpassen beim DIN A5-Format. Da muss auch ein DIN A5-Drucker möglich sein, sonst möchte man eine entsprechende Papiereinlage haben. Bei einer PDF-Ausgabe ist das allerdings dann egal. Ausrichtung können wir auch noch entsprechend ändern. Quer-Format, Hochformat und die Seitenränder. Die könnte man auch noch mal ändern auf schmal. Seitenränder allerdings nicht so wie in Word, dass das praktisch der Schreibbereich ist, sondern das sind praktisch die äußeren Führungslinien. Und an denen kann man zum Beispiel Objekte ausrichten, sodass wenn man mehrere Seiten hat, dass die Objekte praktisch immer den gleichen Abstand vom Papierrand haben. Also wenn ich jetzt hierher gehe, sage Einfügen, so einen Block her, dann kann ich den so hinschieben und dann merke ich, ich habe hier so eine Fangfunktion, da stoppt das Objekt kurz und dann kann ich praktisch, es ist mir möglich, wenn ich jetzt auf der Seite 2 hergehe und ebenfalls das Objekt so an die Seite hinschiebe, dass das praktisch den gleichen Abstand hier hat. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich hier aus dem Linealbereich einfach hier mit der Maus reingehen, linke Maustaste gedrückt halten, dass ich da noch mal Linealführungslinien rausziehe. Daran kann ich auch Objekte ausrichten, sind allerdings dann auf der nächsten Seite, wo ich das noch nicht gemacht habe, dann nicht mehr drauf. Also es ist dann nur hier auf der Seite, geht natürlich hier auch, kann ich auch was rausschieben und kann dann auch wieder hier ein Objekt entsprechend anlegen. Wenn ich jetzt mehrere Objekte hätte, dann ist das natürlich umso leichter, auch mit einer verschiedenen Größe hier was anzulegen. Ich kann aber auch hergehen und sagen, Seiten-Dur-Führungslinien. Hier sind mir Linealführungslinien schon vorgegeben, zum Beispiel so ein Raster. Das kann ich auch wieder hergehen und entsprechend ausrichten. Oder wenn ich drei Spalten haben möchte und im oberen Bereich Überschriften, die ich dann genau positionieren möchte, dann habe ich hier auch wieder die Möglichkeit damit. Unter Ansicht kann ich auch diese Führungslinien wieder ausblenden. Beim Lineal geht es, bei den Führungslinien, das ist etwas zeitverzögert, das geht auch. Ja, was können wir im Seitenentwurf noch machen? Wenn wir hier auf dieses kleine Kästchen hier klicken mit dem Pfeil, das nennt sich Optionsschaltfläche, wenn wir hier draufklicken, dann geht ein neuer Dialog auf und hier kann ich zum Beispiel sagen Broschüre. Wenn ich dann sage OK, dann passiert nichts. Schauen wir mal, wenn wir noch eine Seite einfügen. Genau, dann fragt er mich. Dann schaut das Ganze so aus. Ich habe hier praktisch die Vorderseite von dieser Broschüre. Ich habe hier den Mittelteil dieser Broschüre. Und, also das wäre dann praktisch Seite 2, Seite 3. Und hier, das wäre dann die Rückseite dieser Broschüre. Ich kann auch noch weitere Sachen hier einstellen, wie zum Beispiel eine gefaltete Karte. So, ich habe das jetzt mal schnell formatiert. Erste Seite, dann die zweite, dritte Seite, vierte Seite. Wie gesagt, bei einer gefalteten Karte. Und wenn ich dann auf Datei drucken gehe, dann schaut das Ganze so aus. Also ich habe hier Seite 1. Das ist der Mittelteil, Seite 2, Seite 3. Und hier haben wir die Seite 4. Wenn man das Ganze ausdruckt, dann kann man das einmal hier in der Mitte falten und zusammenkleben. Und dann faltet man das nochmal senkrecht. Und so hat man dann eine schöne Glückwunschkarte. Ja, noch zum Seitenentwurf, Farbschema. Ich habe jetzt hier mal drei Objekte vorbereitet. Ich färbe mal entsprechend ein. Also ich mache mal eins. Blau ist es schon. Dann orange und dann grau. Und ich kann jetzt bei Seitenentwurf sagen, das Dokument soll einem bestimmten Farbschema gehalten sein. Und hier kann ich hergehen und dann entsprechend die Farben auswählen, die hier entsprechend zueinander passen. Und das kann ich auch sogar noch im Nachhinein machen. Das gleiche geht auch mit Schriftarten. Ich kann hier sagen, ich möchte hier in allen Textfeldern Schriftarten geändert haben, so dass ich das hier nicht jedes Mal neu über Start und über diese Schaltfläche hier neu ändern muss. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein zweites Textfeld habe und ändere da die Schrift, dann ändert sich das entsprechend auch in jedem Textfeld.